Die S3 war durch die Anbindung an die City am stärksten frequentiert. Auf Bitten, der BVG, wurden zwei Vollzüge der Baureihe 275 von der Deutschen Reichsbahn ausgeliehen. In der Nacht zum 11. November erfolgte die Überführung vom BW Friedrichsfelde und BW Grünau nach Wannsee. Hier wurden die Fahrzeuge der Deutschen Reichsbahn in BVG ja eingestellt. Bereits am 11. November gab es solche Bilder. Mancher S-Bahn-Fan stand an der Strecke und glaubte zu träumen. Wir hatten auch vor lauter Schreck das Stativ vergessen. Mit Öffnung der Liniker Brücke waren auch die nun eingesetzten Vollzüge brechend voll. Auch nachts änderte sich der Besucheransturm nur wenig. So verkehrte die S3 ab 10. November bis Mitte Dezember die Nacht durchgehend. Zwischen die Bahnhof Charlottenburg und Leerter Stadtbahnhof pendelten an mehreren Tagen drei Reservehalbzüge, um nochmals Entlastung zu schaffen. Die Bahnhof Charlottenburg und Leerter Stadtbahnhof Die Bahnhof Charlottenburg und Leerter Stadtbahnhof Um die Bahnhof Friedrichstraße zu entlasten, wurden einige Umläufe der S1 über Anhalter Bahnhof hinaus bis Gesundbrunnen verlängert. Im Bahnhof Gesundbrunnen machte der Spätkauf das Geschäft seines Lebens. Lange Schlangen bildeten sich davor. In den nächsten Tagen kam noch einmal ein Vollzug der Deutschen Reichsbahn in den Westen. So war jetzt fast jeder Zug auf der Stadtbahn gemischt. Es gab wieder Dienst- und Traglastenabteile und auch Wannsee-Bahnwagen der Bauart 275-9, die nun wieder zu Hause waren. Die Bahnhof Bei der Generalüberholung der BVG-Fahrzeuge wurden alle Verschleißteile gegen Teile westlicher Hersteller ausgetauscht. Nicht einmal das Wechseln von Neustoffröhren war möglich. Deshalb hat man die Vollzüge alle zwei Wochen ausgetauscht. Am 11. Dezember verkehrte erstmals ein Sonderzug mit Fahrgästen zwischen dem Ost- und dem Westnetz. Hier der Zug bei der Ankunft in Charlottenburg. Der Sonderzug beförderte Kinder zwischen Charlottenburg und dem Marx-Engels-Platz zu einer Kinderrevue im Palast der Republik. Hier der Sonderzug bei der Durchfahrt im Leerter Stadtbahnhof. Der Sonderzug bei der Unterricht Bis ca. April 1990 konnten die Reichsbahnwagen im Westnetz beobachtet werden. Hier ein Zug zwischen Leerter Stadtbahnhof und Friedrichstraße. Achten Sie vielleicht auf unseren Fotostandpunkt. Der Sonderzug von Leerter Stadtbahnhof und Friedrichstraße. Der Sonderzug von Leerter Stadtbahnhof und Friedrichstraße. Vielen Dank.